hallo und schön dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen folge bürofit mit annett wir werden heute unseren oberen rücken ein bisschen dehnen und mobilisieren dafür kommt ihr in einen hüftschmalen stand und beugt leicht eure knie zu dem bauchnabel nach hinten brustbein geht nach oben und wir fangen einmal an mit den schultern im wechsel schön nach hinten zu ziehen macht das dynamisch aber ruhig ja genau ihr bleibt ganz fest zieht wunderbar eine schulter nach der anderen sozusagen schön nach hinten einmal zu den ohren hinten und unten das kann ein bisschen knacken das ist aber nichts schlimmes also zieht schön nach hinten und noch vier mal noch drei noch zwei und achtung wir nehmen jetzt beide schultern und ziehen die in großen kreisen nach hinten bleibt fest im rumpf der bauchnabel ist zur wirbelsäule gezogen die knie sind nach wie vor leicht gebeugt und kommen schöne kreise jawohl auch hier noch vier noch drei noch zwei und das nehmen wir im wechsel die ellenbogen einmal nach hinten schauen auch mit nach hinten das heißt du nimmst den kopf mit aber bleibst fest stehen bleibt ganz fest hier stehen sie schön nach hinten im wechsel nach oben und hinten schön die ellenbogen führen sozusagen die bewegung anziehen nach hinten auch hier noch vier noch drei noch zwei der letzte hier jetzt kommt der ganze arm du ziehst nach oben und schau auch hier gerne mit nach hinten schön im wechsel und macht dich lang eine wunderbare mobilisation eine ruhige mobilisation dein kopf geht nach wie vor mit nach hinten bleibt fest in deiner mitte knie sind gebeugt und kommt die letzten vier drei zwei und achtung jetzt beide arme schön nach oben ziehen und nach hinten fallen lassen jetzt kannst du es ein bisschen fallen lassen ja achte aber darauf dass du kein hohlkreuz machst du den bauchnabel immer noch nach hinten bleibt fest in der mitte und kommen noch vier noch drei noch zwei und einmal lösen und kommen einmal die arme so ein bisschen auslockern über vorne schwingen schultern sind ganz entspannt und der letzte hier kommt zurück nach vorne nehmen einmal den rechten an nach vorne du zeigst schaust auf deine fingerspitzen und nun geht einmal der arm nach oben und hinten und unten und von andere seite nach oben hinten unten und das auch im wechsel und kann sie mit jawohl und ganz geführte bewegung ja versuch hier sozusagen den arm nicht abzubrechen sondern wunderbar mit nach hinten zu nehmen und noch einmal pro seite und hier das letzte mal sehr gut einmal lösen einmal auch hier mit dem oberkörper ein bisschen weiter nach vorne kommen und ein bisschen die arme ausschwingen sehr gut arme lockern nach vorne zusammenführen und ein bisschen weiter öffnen auch hier noch vier drei zwei und hier der letzte einmal die hände auf den oberschenkel mach einmal ein katzenbuckel und ein pferderücken ein katzenbuckel und ein pferderücken von der seite hier einmal hier wirklich rund machen und kommen zieh dich hoch jawohl und einmal hier wirbel für wirbel nach oben aufrollen sehr gut ok wir kommen einmal noch mal in diese übung du schaust noch mal auf deine fingerspitzen führst den arm nach oben schaust mit hinterher und kommst nach vorne andere seite lass jetzt einmal hier die arme vorne gestreckt zieh die schultern tief und zieh hoch jawohl schön im wechsel bauchnabel bleibt fest und komm nach hinten ziehen und einmal noch mal auf der seite und noch mal auf der anderen seite lass die arme noch mal einfach vorne und hinten ausschenken noch ein bisschen lockern und jetzt nehmen wir noch mal die ellenbogen mit nach hinten im wechsel kommt macht sich hier noch mal schön groß sozusagen auch hier von der seite von der dehnung her einmal mitnehmen schau mit nach hinten die letzten vier noch drei noch zwei und der letzte einmal links und einmal rechts und einmal noch mal schön auslockern wunderbar komm einmal mit den schultern hoch zu den ohren lass einmal fallen noch mal fallen lassen und der letzte hier jawohl das war es schon wieder mit einer folge bürofit mit eurer annett von syltfit bis bald tschüss wieder Extra steep wieder mehr wieder 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 Untertitelung des ZDF, 2020